so maschine ist jetzt woche aus der werkstatt ich bin jetzt seit neue losgefahren jetzt habe ich 90 kilometer gefahr und das ist immer schlimmer war mit diesen fehlzündungen also kann ich sagen zuerst alle 15 minuten oder so viel zündung und jetzt wird das immer schlimmer jetzt bin ich 90 kilometer gefahr und jetzt macht die alle zwei drei sekunden möchte und fährt nicht mehr richtig und ja ich kann ja jetzt nicht von der werkstatt verlangen dass die 100 kilometer probefahrt mache weil die maschine erst bei wann hat sie angefangen bei 75 kilometer zu angefangen spinne wieder ich will es auch nicht mehr weiter ich bin jetzt in der nähe von trier ich hoffe ich komme noch aber ich kann mich ja nicht mehr verlassen auf das ding wie oft bin ich jetzt stehen geblieben zehn mal mir stinkt das wirklich